Dieter Nuhr hat am 10. März getwittert, wir haben eine Erkrankungsrate in der Bevölkerung von 0,0001%. Also ich würde am Wochenende gerne einfach auftreten. Dieter Nuhr ist also offensichtlich der Meinung, dass das Ganze Panikmache sei. Und ihr? Seid ihr auch der Meinung, dass die ganzen Maßnahmen gegen Corona, wie leere Bundesligaspiele oder Zwangsquarantäne gegen Familien, übertrieben sind? Oder seid ihr vielmehr der Meinung, dass wir noch viel zu wenig tun? Wir haben uns das Ganze mal ganz nüchtern angeschaut und durchgerechnet und möchten euch eine Einschätzung geben, wie groß das Risiko wirklich ist. Ich bin Saidi von Finanztipp. Die ganze Sache mit Corona hat vor allen Dingen was mit dem Thema exponentielles Wachstum zu tun. Das spielt zum Beispiel ja auch an der Börse eine Rolle. Und da wollen wir euer Bewusstsein schärfen. Am Ende des Videos gebe ich euch eine Einschätzung, was die Verbreitung von Corona für eure Geldanlage bedeutet. Was wir aber auch wollen? Verständnis bei euch schaffen, wenn eine der Anti-Corona-Maßnahmen euch betrifft. Also, warum muss ich eigentlich zu Hause bleiben? Das Problem, so viel gleich mal vorweg, liegt in unserer Wahrnehmung. Es sind in Deutschland bisher noch nicht so viele Leute an Corona erkrankt. Da hat Dieter Nuhr schon recht. Also warum so viele Leute damit jetzt behelligen? Aber schauen wir uns mal an, was in Italien passiert ist. Bis so Ende Februar gab es in Italien relativ wenige Corona-Fälle. Aber dann seit Anfang März ist das in die Höhe geschossen. Rund um den 1. März waren es noch ca. 1500 Fälle. Und am 10. März schon über 7000. Das heißt, das Wachstum, die Anzahl der Fälle, die steigt immer schneller. Das nennt man eben exponentielles Wachstum. Aber wie kommt so eine rasante Vermehrung eigentlich zustande? Denn so eine Entwicklung haben wir in Deutschland ja noch nicht. Der entscheidende Faktor dabei ist die Übertragungsrate, sogenannt R0. Das bedeutet, wie viele Leute steckt ein Corona-Infizierter eigentlich an? Mal ein Vergleich. Beim Ebola-Ausbruch 2014, da hat ein Infizierter ca. 1,5 bis 2,5 andere angesteckt. Bei der spanischen Grippe 1918, da waren es so 2 bis 3 Ansteckungen pro Infizierten. Und jetzt bei Corona, bzw. der von Corona ausgelösten Krankheit Covid-19, sind es zwischen 1,3 bis zu 3,9 Ansteckungen pro Infizierten. Aber es geht auch noch schlimmer. Bei SARS waren es so 2 bis 5. Und bei anderen Erkrankungen, wo Impfungen ebenso wichtig sind. Bei Mumps zum Beispiel sind es 4 bis 7. Und bei Masern 12 bis 18 angesteckte pro ursprünglich Infizierten. So, das sieht jetzt doch jetzt eigentlich so aus, als ob Corona gar nicht so gefährlich wäre. Und das ist genau der Punkt. Der Punkt nämlich mit dem exponentiellen Wachstum, den viele von uns unterschätzen. Offensichtlich auch Dieter Nuhr. Gucken wir uns mal an, wie viel das ausmacht, wie hoch diese Übertragungsrate R0 ist. Die Schätzungen für R0 bei Corona sind ja zwischen 1,3 und 3,9. Jetzt nehmen wir mal an, 1,5. 1,5 Ansteckungen pro Infizierten. Oder anders gesagt, 2 Infizierte stecken 3 weitere Leute an. Dann sind nach 10 Weitergabezyklen ca. 40.000 Leute infiziert. Wie lange so ein Weitergabezyklus dauert, da komme ich gleich noch drauf. Wenn jetzt aber jeder Infizierte statt 1,5 Leute 2 Leute ansteckt, dann sind es nach 10 Perioden schon über, Achtung, 500.000 Ansteckungen. Das Zwölffache. Da merkt ihr vielleicht schon mal, wie wenig unser Gehirn für solche exponentiellen Zahlen gebaut ist. Jetzt gehen wir bei der Ansteckungsrate noch ein Stückchen höher. 2,5 statt 2 Angesteckte pro Infizierten. Von 2 auf 2,5. Schätzt mal, was das jetzt ausmacht. Habt ihr das gesehen? Wie die Kurven zusammenschrumpfen? Dann hätten wir ca. 3,8 Millionen Ansteckungen. Und das würde natürlich bedeuten, mehrere 10.000 Tote. Vielleicht kriegt ihr jetzt ein kleines Gefühl dafür, warum es so wichtig ist, dass wir Corona unbedingt eindämmen müssen. Die nächste und entscheidende Frage ist, wie schnell das eigentlich passieren kann. Also wie lange so ein Weitergabezyklus eigentlich dauert. Die Süddeutsche Zeitung, auf deren Zahlen wir uns hier an einigen Stellen stützen, die zitiert Christian Althaus von der Uni Bern. Und der schätzt, dass die Anzahl der Infizierten sich ungefähr jede Woche verdoppeln kann. Das würde dann für Deutschland folgende Entwicklung bedeuten. Am 10. März hatten wir ca. 1.200 Infizierte. Dann haben wir am 24. März, wenn das so kommt, 4.800 Infizierte. Am 7. April sind es dann schon ca. 20.000. Am 21. April wären es dann ca. 78.000. Am 5. Mai 310.000. Und am 19. Mai etwa 1,2 Millionen. An der Stelle mal eine Klarstellung. Es geht mir hier nicht um Panikmache. Ich sage nicht vorher, dass es 1,2 Millionen Infizierte in Deutschland geben wird. Sondern ich will euch nur zeigen, wie viele Infizierte es geben kann, wenn wir nicht diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Auch wird das Virus per se jetzt nicht tödlicher, nur weil es viel mehr Infizierte gibt. Es ist nach wie vor so, dass die meisten Infektionen relativ harmlos verlaufen. Aber ca. jeder fünfte Infizierte, der muss medizinisch behandelt werden. Und jetzt kommen wir wieder zum entscheidenden Faktor, nämlich zum Faktor Zeit. Wenn der Corona-Ausbruch schnell und rasant kommt, so wie hier links zu sehen, dann haben wir in kürzester Zeit eine Überlastung unseres Gesundheitssystems. Das heißt, die Krankenhäuser und Arztpraxen werden völlig überfüllt. Und zum einen schadet das natürlich auch den Patienten, die kein Corona haben, die irgendwas anderes haben. Denn die gibt es ja schließlich auch noch. Es ist ja nicht so, dass alle Leute Corona haben. Stellt euch das mal vor. Irgendein akuter Herzinfarktpatient, der kommt nicht mehr ins Krankenhaus. Der kommt nicht mehr dran. Solche Fälle gibt es in Italien schon. Und dann kommt noch hinzu, dass die Ärzte und das Pflegepersonal ja selbst erkranken kann und dann teilweise ausfällt. Und das betrifft nicht nur Krankenhäuser und Arztpraxen, sondern stellt euch mal ein Pflegeheim voller älterer Menschen vor, die ja besonders gefährdet sind von dem Virus, wo dann die Pfleger reihenweise ausfallen. Und was ist jetzt die Lösung? Naja, vor allen Dingen dafür sorgen, dass der Ausbruch eben nicht so schnell und heftig kommt, sondern ihn zeitlich hinaus zu zögern. Damit die Überlastungsgrenze unseres Gesundheitssystems eben möglichst nicht überschritten wird. Dass also nicht so viele Patienten in die Krankenhäuser und in die Arztpraxen strömen müssen. Anders gesagt, die ganzen Maßnahmen, die wir derzeit ergreifen, die spielen vor allen Dingen auf Zeit. Der Ausbruch, der kommt sowieso. Wie schlimm der wird, das kann keiner wirklich vorhersagen. Aber darf eben nicht innerhalb von wenigen Wochen stattfinden. Es geht also nochmal vor allen Dingen darum, dass sich nicht gleichzeitig so viele Leute mit dem Virus anstecken. Denkt da mal daran, wenn es euch irgendwie betrifft, weil ihr euch ärgert, dass ihr nicht zum Fußball gehen könnt oder weil euer Konzert abgesagt wird. Und vielleicht hilft es euch auch, wenn ihr dann tatsächlich mal zu Hause bleiben müsst. Denkt mal darüber nach. Dass eine solche Eindämmung durchaus erfolgreich sein kann, zeigt nicht nur das Beispiel China, wo die Kurve ja flacher wird, sondern auch das Beispiel Taiwan. Die Insel, die ja direkt neben China liegt, war durchaus in großer Gefahr, ebenfalls von dem Virus überrollt zu werden. Aber in Taiwan, da haben sie eben schnell und entschlossen reagiert. Mit weitreichenden Maßnahmen. Das heißt, Einreisende wurden systematisch kontrolliert. Es gab weitreichende Quarantänemaßnahmen. Und sogar wurden Mobiltelefone überwacht. Da kann man jetzt halten davon, was man mag. Aber die Anzahl der Infizierten in Taiwan, die ist ziemlich niedrig. Natürlich haben Eindämmungsmaßnahmen hierzulande negative Folgen für die Wirtschaft. Besonders Kleinunternehmen sind von lokalen Quarantänemaßnahmen zum Beispiel schwer betroffen. Ein Handwerker oder ein Kaffeebesitzer, der steht am Rande vielleicht seiner Existenz. Aber die Alternativen sind halt auch düster. Ein schneller und heftiger Ausbruch von Corona, der würde unsere Wirtschaft noch viel schlimmer und auch nachhaltiger treffen. Gefragt an der Stelle ist jetzt die Politik. Denn wir haben ja jahrelang gespart. Wir haben Schulden abgebaut, den Staatshaushalt erfolgreich saniert. Also gespart für schlechte Zeiten. Und jetzt sind die schlechten Zeiten. Jetzt liegt es daran, dass die Bürokratie hoffentlich schnell das Geld an die richtigen Stellen bringt. Und nicht nur Deutschland allein. Denn die deutsche Wirtschaft kann sich leider nicht ganz allein retten. Da braucht es schon auch die EU. Das heißt, konzertierte Aktionen innerhalb der Europäischen Union. Und hoffentlich haben wir aus den Erfahrungen der letzten Finanzkrise da gelernt, nämlich gut zusammenzuarbeiten. Jetzt schauen wir uns zum Schluss noch an, was die ganze Sache eigentlich für eure Geldanlage bedeutet, für die sich ja viele von euch interessieren. Zunächst mal gilt das, was für das Gesundheitssystem gilt, auch für die gesamte Wirtschaft. Ein schneller, rasanter, heftiger Ausbruch von Corona, der wäre für die gesamte Wirtschaft wesentlich schlimmer und auch nachhaltig schlimmer als ein in die Länge gezogener. Bedeutet also, die Eindämmungspolitik ist langfristig gesehen, wichtig, für die Wirtschaft und auch für die Börse gut. An der Börse wird ja immer die Zukunft gehandelt. Das heißt, was an Folgen von Corona und an Erwartungen an Rezessionen jetzt schon in den Kursen drinsteckt und wie weit es noch runtergehen kann, wenn die Aussichten noch drüber werden, oder ob wir jetzt schon langsam den Boden erreicht haben, seriös kann euch das niemand sagen. An der Börse, da gibt es auch immer exponentielles Wachstum, exponentielle Prozesse, und zwar in beide Richtungen. Soll heißen, wenn einer verkauft, dann hören das zwei andere und verkaufen auch und immer so weiter. Und das Ganze an der Börse innerhalb von Minuten. Deshalb sind die Ausschläge pro Tag gerade im Moment so heftig. Ich erzähle euch ja immer etwas vom langfristigen, passiven Investieren in ETFs. Diese Einstellung, die wird jetzt gerade auf eine harte, aber vielleicht auch wertvolle Prüfung gestellt. Schafft ihr es, euch von den Kursen freizumachen, darüber nachzudenken, ob die Kurse jetzt schon ganz unten sind oder noch weiter runtergehen. Schafft ihr es, keine kurzfristige Marktmeinung zu haben. Das gehört nämlich zum passiven Investieren unbedingt dazu. In so einer Krise schafft es praktisch niemand, optimale Kurse zu treffen. Egal ob zum Kaufen oder Verkaufen. Es ist nur immer hinterher jeder immer schlauer. Ach, da hätte ich einsteigen müssen oder da hätte ich verkaufen müssen. Das weiß man eben immer erst hinterher. Aber macht euch klar, mit weltweiten ETFs, da investierte in die Grundlagen unseres täglichen Lebens, nämlich die Weltwirtschaft. Und so sehr die auch gerade gebeutelt wird, nach 15, 20 oder 30 Jahren, da wird die sich deutlich erholt haben. Und dann spielt der Kurs, zu dem ihr vor 15 Jahren oder mehr mal gekauft habt, nur noch eine untergeordnete Rolle. Und wie immer gilt, ein ETF-Sparplan, der hilft einfach, weil er euch diese Entscheidung des Kaufens, wann kaufen, einfach abnimmt. Ich hoffe, unser Ausflug in die gesamtgesellschaftliche Lage hat euch gefallen. Wir von Finanztip sehen uns da auch in der Verantwortung, euch zu helfen, die gesamte Lage und die Folgen besser einschätzen zu können. Und Denkfehler bei so Phänomenen wie exponentiellen Kurven zu vermeiden. Denn auf solche Phänomene, solche exponentiellen Kurven, da treffen wir eben auch in ganz anderen Bereichen. Links findet ihr ein ganz wichtiges altes Video von uns, nämlich, wie verhalte ich mich mit meinem ETF in der Krise. Schaut euch das mal an. Also, bleibt gesund, wascht euch fest die Hände und alles Gute für Deutschland. Schaut euch das mal an.